Tolle Sache, weil es hier um eine Menge Knete geht. Wir haben auch noch Drohnen in der Mache. Für Friedenslieder ist es längst zu spät. Unsere Hände sind voll Blut, doch trotzdem fühlen wir uns gut, denn wir verstehen nur die eine Sprache. Verkaufen wir Waffen in den Osten? Ja! Verkaufen wir Waffen in den Westen? Ja! Ganz egal, wer was bestellt, schließlich geht es nur ums Geld und das ist für uns am besten. Unsere Hände sind eine gute Sache, weil es für eine gute Sache geht. Wir marschieren nicht auf das Herz und Lache. Wir drohen kein Wendelsgebiet. Unsere Hände sind leer, denn der Grund ist das Gewehr und die Leute verschwiegen unsere Sprache. Marschieren wir gegen den Westen? Nein! Marschieren wir gegen den Westen? Nein! Wir marschieren für eine Welt, die von Waffen nichts mehr hält, denn das ist für uns am besten. Wir brauchen keine Generale, keine Bunker, kein Führer, auch mal hier. Der Lehrer, der zum Treffer schaltet, die Mütter, die werden auf die Ziele. Der Lehrer und der Friseur, der Studenten, der nicht verkennt, und wir wagen, wir rufen euch alle. Marschieren wir gegen den Osten? Nein! Marschieren wir gegen den Westen? Nein! Wir marschieren für eine Welt, die von Waffen nichts mehr hält, denn das ist für uns am besten. Für deutsches Volk wird fast immer, für feinchen Kriege marschieren. Am Ende war es noch Trümmer, weißt du heute, wohin man dich führt. Wenn der Schicksal in die Hand steckt, den Kopf nicht in den Sand, und lasst dich in den Waffen führen. Marschieren wir gegen den Osten? Nein! Marschieren wir gegen den Westen? Nein! Wir marschieren für eine Welt, die von Waffen nichts mehr hält, denn das ist für uns am besten. Wir朝 pen attitude, die aus dem Waffen nicht mehr hält. Wir erwischen.